Ja, das sieht soweit alles ganz ordentlich aus. Absolut solide, kann man gar nichts sagen. Bei all dem, was Sie hier abliefern, kann man sich überhaupt nicht beschweren. Sie leisten gute Arbeit, Sie sind pünktlich, gewissenhaft, fleißig, gar keine Frage. Aber gerade hier, in so einem kleinen Unternehmen wie unserem, da ist mir die Stimmung unter den Mitarbeitern mindestens genauso wichtig. Und da würde ich mir von Ihnen, ehrlich gesagt, etwas mehr Pepp wünschen. Wie meinen Sie denn das? Ja, was weiß ich. Dann nehmen Sie sich doch mal ein Beispiel an Frau González. Ja, die ist jetzt fachlich nicht so kompetent wie Sie, aber bringt wenigstens ein bisschen Schwung in die Bude. Olli! 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 Vielen Dank.